Ende Winter, Anfangsfrühling, hatte ich eine Serie zu den sogenannten drei Ämtern, König, Priester und Prophet. Und heute erreiche ich den König nach, den ich damals nicht aufzeichnen konnte. Und zwar heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, wir sind zu Königen und Priestern berufen. Was bedeutet es? Die Offenbarung sagt, die Christen sind Könige. Es ist nicht ein Amt, es ist keine Aufgabe, sondern es ist eine Art zu leben. Es geht um eine Funktion und nicht um eine Position. Und was ist diese Funktion? Um was geht es? Um welche Art zu leben? Eine Fallstudie dazu ist das Buch Esther im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Und bei ihr sehen wir, was es bedeutet, eine Art König zu sein. Im Buch Esther geht es um eine eindrückliche Rettung des ganzen jüdischen Volkes vor dem Genozid. Und immer am 14. Tag des Monats Adar wird darum das sogenannte Purimfest gefeiert, das auf den Schluss, auf die Befreiung im Buch Esther zurückgeht. Das jüdische Volk war damals in der persischen Zerstreuung, das heisst sie waren zerstreut im gesamten persischen Reich im 5. Jahrhundert vor Christus. Und der persische König damals Xerxes, der verstiess seine damalige Königin, weil sie sich ihm widersetzt hat. Als Ersatz ließ er ein Harem sammeln und er wählte unter all diesen Frauen ein junges, schönes jüdisches Mädchen zu seiner Königin. Das ist Esther. Sie selber ist Jüdin, aber sagt nichts von ihrer Herkunft. Im dritten Kapitel des Buches, sozusagen im zweiten Akt, kommt Haman ins Spiel. Er ist Ministerpräsident und verbitterter Feind der Juden und will mit einem Edikt, das er mit dem König herausgibt, das jüdische Volk umbringen, und zwar am 13. Tag des letzten Monats. Übrigens kommt von daher der Gedanke oder die Tradition, dass der 13. Tag ein Unglückstag ist. Mordechai, ein führender Mann unter den Juden in der Diaspora und zugleich der Cousin von Königin Esther, nimmt mit ihr Kontakt auf und bittet sie, ihren Einfluss im Palast auszuüben. Es ist eine gewaltige Bitte. Er bittet sie, ihre Position und ihre Person einzusetzen, um das jüdische Volk zu retten. Sie erwidert, hey, niemand weiss, dass ich Jude bin und ich habe es bis hierher gebracht. Und dann argumentiert Mordechai auf dem Höhepunkt des Buches, theologisch und natürlich hitrarisch. Er sagt, es kann gut sein, dass es nicht aufliegt, aber wahrscheinlich wird es irgendwann aufliegen, dass du Jüdin bist und auch du wirst untergehen. Und wenn nicht, dann wird wahrscheinlich von anderswoher Rettung kommen. Und dann sagt er, und wer weiss, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu dieser königlichen Würde gebracht worden bist. Ich möchte den ganzen Abschnitt lesen hier aus der Mitte des Buches Esther. Esther 4, Vers 12 bis 17. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, sie sagt, nein, nein, niemand weiss, dass ich Jüdin bin. Lies Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiss, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther liess Mordechai antworten, So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Der Text zeigt uns drei Dinge, nämlich die Chancen im Palast, das Risiko im Palast und wie du mit wahrer Größe im Palast lebst. Erstens also die Chancen im Palast. Die Bücher der Bibel, die in dieser Zeit spielen, zeigen, dass Gott nicht in erster Linie Prediger gebraucht, um die Welt zu verändern, sondern zum Beispiel Daniel als Minister. Es ist Nehemiah als Politiker. Es ist Esther als Königin. Natürlich gibt es da auch noch Ezra, den Priester. Aber wir sehen, im Buch Esther, da gebraucht Gott eine hohe säkulare Staatsfrau. Dick Lukas, ein anglikanischer Geistlicher, meinte, wenn jemand ein Buch findet, auf dem steht, eine Frau, die Gott gebraucht hat, oder ein Mann, den Gott gebraucht hat, dann denken die meisten an die Lebensgeschichte von einer Missionarin oder einem Berufskristen. Und dann sagt er, es ist oft schwierig, Christen zu zeigen, dass Gott Männer und Frauen nicht nur in der Kirche und Gemeinde gebrauchen will, sondern auch im Rechtswesen, in der Medizin, im Geschäftsleben und in der Kunst. Das ist der grosse Mangel heute. Es ist kein Zufall, dass du bist, wo du bist. Du bist in deinem Palast und nutze deine Chance im Palast. Das bedeutet erstens, dass du deine Arbeit gut tust. Der Vater von Eric Liddell sagt im Film die Stunde des Sieges zu seinem Sohn, der 1924 Olympisches Gold über 400 Meter gewinnen wird, Du kannst Gott loben und ihm Ehre geben, nicht nur dadurch, dass du siegst, sondern alleine damit, wenn du eine Kartoffel schälst und sie perfekt schälst. Es geht nicht um die Position, die du erreichst, sondern um die Art und Weise, um die Funktion, wie du lebst. Das ist das Zentrum, das ist das Königliche an deiner Arbeit, nicht die Arbeit selber. Der griechische Dichter Hesiod meinte, dass im ehemaligen goldenen Zeitalter weder Menschen noch Götter arbeiten mussten. In der griechischen Mythologie, auch sonst im Umfeld, im Alten Orient, war klar, dass Arbeit ein Fluch ist. Die Griechen meinten, Arbeit ist erniedrigend und gehört nur Menschen zweiter Klasse, vor allem die handwerkliche Arbeit. Doch, die Bibel macht folgendes klar, dass von Anfang weg die Menschen arbeiten, dass Gott selber als Arbeiten beschrieben wird, nämlich als Gärtner und zuerst in seiner Schöpfung und dann zu den Menschen spricht, ich segne euch, dass ihr bebaut und bewahrt diese Erde. Er sagt nicht, ihr sollt sie ausnutzen und zerstören, sondern sagt sie, ihr sollt sie nutzen und schützen, bebauen und bewahren, beides. Die Bibel macht klar, Menschen sind zum Arbeiten geschaffen, aber nicht für die Arbeit. Nicht, die Identität von dir besteht nicht in deiner Arbeit, aber du hast keine Identität ohne Arbeit. Du brauchst Arbeit, aber bete nicht deine Arbeit an, sondern bete mit deiner Arbeit Gott an. In der Regel arbeiten Menschen nämlich für Geld und höhere Boni, aber Christen, die arbeiten zur Ehre von Gott. Was wäre, wenn Gott in die Welt kommen würde? Die Griechen hätten gesagt, er kommt als König oder als Philosoph. Die Römer hätten gemeint, er kommt als Staatsoberhaupt. Aber was sehen wir, wenn in der Bibel Gott in Jesus Christus Mensch wird? Er kommt als Zimmermann. Eine alte Tradition, die sagt, Jesus hat die besten Ochsenjoche hergestellt in ganz Galiläa. Von überall sind sie hergekommen. Gott als Gärtner und als Zimmermann. Er gab der Arbeit die höchste Würde, den höchsten Stellenwert. Aber sie sagt ebenfalls, nutze deine Chance. Bete nicht deine Arbeit an, aber bete mit deiner Arbeit Gott an. Das ist der einfachere Teil. Das zweite heisst, beziehe mit deiner Arbeit Stellung. Mordechai sagt zuerst der Folgendes, wenn du in dieser Zeit schweigen wirst, wenn du nicht deine Stellung riskierst, so wird eine Hilfe wahrscheinlich von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Mordechai sagt, bezieh Stellung mit deiner Arbeit. Schweige nicht, sondern bezieh Stellung. Ich weiss, es gibt viele Grauzonen. Es gibt Dinge, die man tun kann oder nicht tun kann, ohne bemerkt und geahndet zu werden. Und du sagst vielleicht, ja das machen doch alle. Aber du bist nicht alle. Und es bedeutet vielleicht, dass du keinen Boni bekommst. Es bedeutet vielleicht keine Lohnerhöhung. Es bedeutet vielleicht, dass du auf der Karriereleiter langsamer aufkletterst. Oder es bedeutet sogar, dass du deine Karriere riskierst. Aber du wirst dir noch ins Gesicht schauen können. Es gibt eine schöne Geschichte von Gibbo, einem Mann in London, der Sekretär der großen Warenhauskette Selfridge. Und er war Sekretär des Geschäftsführers von Gordon Selfridge. Und eines Tages klingelte das Telefon und Gibbo nahm den Hörer ab und der Mann am anderen Ende des Apparats meinte, er möchte Gordon Selfridge sprechen. Gordon Selfridge war in diesem Moment im selben Raum und Gibbo rief ihn zu sich und sagte, ein Mann ist am Telefon. Da meinte Gordon Selfridge, sag ihm, ich bin unterwegs. Da hielt Gibbo den Hörer Gordon Selfridge hin und meinte, dann sag ihm das gerade selber, dass du unterwegs bist. Gordon Selfridge explodierte natürlich, aber später sagte ihm Gibbo folgendes, schau, wenn ich für dich lügen kann, dann werde ich früher oder später auch dich anlügen können. Von diesem Moment wann war Gibbo die vertrauenswürdigste Person in der ganzen Warenhauskette. Er war integer, er hat sein Risiko eingesetzt, seine Stellung riskiert. Und er ist zu seinen Werten gestanden. Mordechai sagt, steh zu deinen Werten. Steh zu dem, was du bist und zu dem, was du glaubst. Geh nicht in deinen Palast und dreh an allen Himmeln der Macht, um nur dort zu bleiben und es bequem zu haben. Vielleicht kommst du mit Schweigen durch, aber nutze deinen Mund, Beziehstellung, riskiere, nutze deine Chance, die du hast. Aber das ist das Risiko im Palast. Mordechai verlangt von Esther Gewaltiges. Er verlangt von ihr nicht nur, dass sie ihre Arbeitsstelle verliert, sondern sogar ihr Leben. Es geht nicht nur um einen Job, sondern um das Sein. Es heisst hier, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Es geht nicht nur um die Position, sondern gar noch um die Funktion. Und Esther ist in einer richtigen Zwickmühle. Esther erinnert sich nämlich noch gut daran, wie der König Xerxes bereits ihre damalige Vorgängerin verstoßen hat, weil sie sich ihm widersetzt hat. Und aus den außerbiblischen Zeugnissen ist das launenhafte, despotische Handeln des Königs bekannt. Für sein unbeständiges, launenhaftes, vorschnelles Eingreifen, brutales Eingreifen. Man kannte das. Und Esther wusste, ich komme hier nicht raus. Und sie meint, doch, doch, niemand weiss, dass ich Jüdin bin. Aber dann argumentiert Mordechai auf dem theologischen Höhepunkt des Buches. Und das ist gleichzeitig der Tiefpunkt im Leben von Esther. Denn er sagt jetzt Folgendes. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst, wenn du jetzt nichts unternimmst. Wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Denn rhetorisch äusserst geschickt sagt Mordechai eigentlich Folgendes. Wenn du deine Position riskierst, dann kannst du sterben. Wenn du sie aber nicht riskierst, dann wirst du sterben. Wieso? Er sagt Folgendes. Schau, wenn du hingehst und dich als Jüdin outest, ja, dann kann es sein, dass du sterben wirst. Es kann sein. Es muss aber nicht. Wenn du aber nicht hingehst, du wirst dein Gesicht verlieren. Du wirst morgens nie mehr in den Spiegel schauen können. Du wirst emotional tot sein. Der Palast wird dann dein Gefängnis. Nein, vielmehr, er wird dein Grab. Du kannst dann nicht nur sterben, sondern du wirst sterben. Wenn du deine Stellung, die du hast, deine Arbeit, deine Qualifikation, dein Geld nicht riskierst, um Menschen außerhalb von deinem Palast zu helfen, dann wird deine Arbeit dein Gefängnis. Dann bist du gefangen. Dann bist du süchtig. Dann wird deine Arbeit dein Grab. Es wird dich verzehren. Es wird dich auffressen. Du sagst vielleicht, nein, halt, Mathis. Du weisst nicht, wie ich gerackert habe, was ich alles gemacht habe, dass ich bis hierher gekommen bin. Wieso soll ich das riskieren? Wieso soll ich vielleicht einen Schritt langsamer geben? Wieso soll ich aufgeben? Das ist genau das, was Esther auch sagt. Und Mordechai antwortet wie folgt. Und er sagt dir, wer weiss, aber, ob du nicht hierher gebracht worden bist. Anders sagt er, von wem hast du das alles? Wem hast du wirklich zu verdanken, dass du bist, wo du bist? Ist nicht alles sprichwörtlich dir zugefallen? Woher hast du denn deine Schönheit? Woher hast du deine Begabung? Woher all die Zufälle in deinem Leben? Ist es nicht so, dass das von anderswo hergekommen ist? Dass dir das zugefallen ist? Und unmittelbar darauf wird das entsprechende Wort dafür gegeben, von wem das kommt oder was das ist. Esther 5, Vers 2 tritt nämlich Esther vor den König. Und es heisst, sie fand Gnade in den Augen des Königs. Ein hochtheologisch besetztes Wort in der Bibel. Und es kommt im Buch Esther genau siebenmal vor. Und hier in der Mitte, in der literarischen Mitte des Buches Esthers, kommt es genau das vierte Mal vor. Das ist die Mitte der Zahl sieben. Es ist bewusst die Zusage, es ist Gnade. Und woher kommt diese Gnade? Die jüdisch-christliche Tradition sagt, diese Gnade, die verdanken wir Gott. Jetzt ist interessant, dass aber der Name Gottes, Gott selber, im Buch Esther nie vorkommt. Es ist nur die Gnade, die vorkommt. Aber kein einziges Mal wird von Gott gesprochen, auch nicht einmal von Glauben an Gott. Irgendwie aber, wenn du das Buch Esther liest, dann hast du den Eindruck, es sind einfach zu viele Zufälle, statistisch gesehen. Hier steckt wie eine unsichtbare Hand dahinter. Es ist wie ein unsichtbarer Schauspieler, der mitmischt. Jemand sagte mal, selbst wenn der Name von Gott nicht im Buch vorkommt, sein Finger ist doch überall sichtbar. Man hat sich viel gefragt, wieso ist das Buch Esther in der Bibel? Und ich habe dir unten in den Shownotes, in den Erklärungen oder in der Beschreibung, habe ich dir einen Link zu einem Dokument, wo du drei Indizien findest, wieso das Buch Esther in die Bibel gekommen ist. Es hängt daran, der Finger von Gott ist überall. Das Wort Gnade kommt gerade siebenmal vor. Und es gibt noch ein weiteres Indiz, das für meines Erachtens eher etwas mit Vorbehalt zu genießen ist. Aber man hat immer wieder gesucht, fand nicht versteckt der Name von Gott im Buch Esther vor. Und es gab schlaue Köpfe, bereits im Mittelalter, in masoretischen Handschriften, das heisst in hebräischen Handschriften, bei denen man die Bibel abgeschrieben hat, hat man den Namen Gottes vermerkt, wie er nämlich in den Anfangsbuchstaben von vier aufeinanderfolgenden Worten vorkommt, und zwar immer, eigentlich fast immer, in der direkten Rede einer Person. Und zwar zum Beispiel, wenn Esther spricht oder Mordechai spricht, dann schön die ersten vier Worte, die sie spricht, die Erstbuchstaben des Namens von Gott. Bei Nichtjuden ist es aber so, dass dann der Name von Gott umgekehrt vorkommt. Also Nichtjuden sprechen, Doppelpunkt, und dann kommen die ersten vier Worte, die sie sprechen, und dann rückwärts, immer die ersten Buchstaben, kommt wieder der Name von Gott vor. Ist mit Vorbehalt zu genießen, es gibt auch auf dem Dokument noch einen Verweis zu einem wissenschaftlichen Artikel, der das anschaut, weil das ist wirklich, also ja, mit Vorbehalt zu genießen. Es gibt ja auch noch ein anderes Buch in der Bibel, das Buch Klagelieder, wo der Name von Gott nicht vorkommt, aber wo doch, ich sage mal, göttlich besetzt ist, oder eingenommen ist, dass du nicht darüber hinweg kommst. Und wir werden später noch sehen, in dieser Message, dass der Bezug zum Neuen Testament fantastisch ist, ist grandios, dass wir wahrscheinlich sogar davon ausgehen müssen, dass die Schreiber des Neuen Testaments bewusst davon ausgegangen ist, dass die Königin Esther einen direkten Bezug zu Jesus Christus haben wird. Es ist alles Gnade, was du hast. Vielleicht sagst du mir, ja, behalt, Mattis, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Mich treffen Leid und Kummer und Schmerz und Qual zu fast einer 100%-Quote. Wenn du wüsstest, was mir alles passiert ist, lass mich Folgendes darauf antworten. Ein junger Athlet kam ohne rechte Hand zur Welt und er wollte unbedingt Football spielen. Und so ging er zum Arzt, um sich ein Attest geben zu lassen und der Arzt fragte ihn aus, wie es zu seiner Behinderung gekommen sei. Und der Athlet meinte, ich habe kein Handicap. Ich habe einfach nicht eine rechte Hand. Ich habe kein Handicap, aber ich habe ein Handy, nämlich die linke Hand. Er sagte, wir fokussieren uns immer auf das, was wir nicht haben, aber stellen nicht fest, dass wir noch viele Dinge haben, die funktionieren, die da sind. Meine Hand ist noch da. Es gibt eine junge Medizinerin, die sagt, sie hat im Verlauf ihres Studiums in New York beinahe ihren Glauben an Gott verloren, weil sie gesehen hat, wie viele Schicksalsschäge es gibt, wie viel Not, wie viel Elend, wie viele Tragödien. Und sie sagt, das hat fast ihren Glauben genommen an diesen Gott im Himmel. Im Laufe ihres Studiums hat sie aber dann immer mehr festgestellt, was im Körper überhaupt funktioniert und hat sich immer mehr darüber gewundert, dass überhaupt etwas funktioniert, im menschlichen Körper. Und dann sagt sie folgendes, fast jeden Tag sah ich, dass das Funktionieren der Natur an einem seidenen Faden hing und dass dieser Faden die Gnade und Güte Gottes war. Die Gnade! Esther! Siebenmal! Menschen stellen die Frage, warum passiert das mir? Die eigentliche Frage aber ist, warum passiert mir das und das und das und das und das und das nicht? Das Leben stellt eigentlich nicht die Frage, warum gibt es so viel Leid? Die eigentliche, schwierige, philosophische, naturwissenschaftliche Frage, die schwierigste Frage überhaupt, ist nicht, warum gibt es Leid? Sondern, warum gibt es so viel Schönes? Warum funktioniert so vieles? Warum gibt es überhaupt, dass etwas funktioniert? Wir haben ein Riesenproblem mit dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz, nämlich es heisst, es wird eigentlich alles immer chaotischer und die Frage ist, wieso passiert das nicht? Wieso gibt es so viel, das immer schöner, immer besser wird? Warum gibt es so viel Schönes? Das ist die schwierige Frage, als warum gibt es Leid? Ich weiss, das hilft nicht im Leid, aber das ist ein anderer Fokus. Mordechai sagt, hey, achte mal darauf, von wem hast du das alles, was du hast? Es ist einfach nur Gnade. Esther beißt in den sauren Apfel und sie sagt, komme ich um, dann komme ich halt um. Sie geht sozusagen unten durch. Man hat gezeigt, dass das Buch Esther literarisch gesehen die U-Struktur hat. Das heisst, es bildlich gesehen, es geht unten durch. Der Wendepunkt ist unten, hier, Ende von Kapitel 4, Anfang von Kapitel 5. Da, wo Esther hinsteht und sagt, okay, ich riskiere mein Leben. Ich riskiere meinen Palast. Ich gehe unten durch. Es fordert von ihr alles. Manchmal geht es unten durch. Das Buch Esther beginnt mit dem Fest, hört auf mit einem Fest, aber die Mitte und der Wendepunkt ist das Fasten. Es geht von Festen über Fasten wieder zum Festen. Und das ist, weil Esther sagt, ich riskiere mein Leben. Komme ich um, dann komme ich halt um. Und sie sagt, das ist die Gnade Gottes in allem, in hoch und im tief. Es ist ein folgenschwerer Fehler zu sagen, Schicksalsschläge, das hat nichts zu tun mit der Gnade und mit der Gunst von Gott. Hier kann Gott nicht im Spiel sein. Ebenso falsch ist es zu glauben, jetzt läuft alles prima, das ist alles so super hier, das muss im Segen von Gott sein. Hoch und tief sind von der Gnade Gottes umfangen. Es ist ein Fehler zu sagen, das läuft jetzt so schlecht, da kann Gott nicht im Spiel sein. Dann haben wir vergessen, was das Buch Esther sagt. Es geht unten durch, aber hier ist der Wendepunkt durch die Gnade von Gott. Hier ist Gott gerade mittendrin. Man hat darauf hingewiesen, dass Esther 5, Vers 2 Esther zum König geht und sie wird dort die Königin Esther genannt. Im Buch Esther wird Esther insgesamt 17 Mal Königin genannt, aber nur zweimal bis zu dieser Stelle und von hier an 15 Mal. 15 ist der Zahlenwert des Namens von Gott in der Bibel. 17 Mal ist der Zahlenwert des hebräischen Wortes gut. Die eigentliche Königswürde von Esther besteht in ihrer Treue. Das macht sie zur Heldin, das macht sie zur Königin. Nicht die Intronisation, wie jetzt dann gleich in England, die offiziell stattfindet, die offiziell stattgefunden hat bei der Königin Esther als Gserxes, die zur Königin berufen hat, sondern erst ihre Treue. Das macht sie zur wahren Königin. Das führt uns zur letzten Frage. Wie kannst du mit wahrer Größe in deinem Palast leben? Vielleicht sagst du, okay, von jetzt an halte ich nicht mehr zurück mit meinem Glauben. Was machst du? Du nimmst Esther als Vorbild in deinem Leben. So, wir sehen hier Esther und genau das nehme ich als Vorbild. Und jetzt gebe ich Gas, wie Esther Gas gegeben hat. Ich beziehe Stellung in meinem Leben. Das ist zwar gut und recht, aber Vorsätze sind nicht genug. Wenn deine Entschlossenheit alles ist, Entschlossenheit ist gut, aber nicht genug, dann wird deine Motivation nicht lange anhalten. Warum? Deine Entschlossenheit, deine Motivation ruht wahrscheinlich auf schlechtem Gewissen. Und schlechtes Gewissen verliert immer gegen deine Natur. Du wirst nie lange durchhalten, wenn dein schlechtes Gewissen alles ist, was du hast. Es ist gut, damit anzufangen, aber es braucht mehr. Zudem besteht die Gefahr, dass wer plötzlich Vollstellung bezieht, übertreibt. Es kann sehr gut sein. Und es gab es immer wieder, dass Christen lange mit ihrem Glauben hinter der Hand zurückgehalten haben und plötzlich Stellung beziehen und dadurch unausstehlich werden. Und plötzlich beginnen sie zu übertreiben. Und vielmehr, sie sind die gleichen Egoisten wie vorher geblieben. Sie haben nicht die Farbe gewechselt, sondern einfach das Gewand. Sie sind immer noch die gleichen. Vorher sagen sie, ach, es reicht schon, ich bin schon gut genug, ich muss es nicht zu ernst nehmen. Sie waren Egoisten. Jetzt aber sagen sie, jetzt zeige ich es richtig. Jetzt zeige ich, wie man wirklich ein besserer, ein guter Christ ist. Sie sind immer noch die gleichen. Das ist, wenn wir Esther als Vorbild nehmen. Nun, wie aber gelangen wir zu wahrer Größe? Wie leben wir, dass unser Leben verändert wird? Alle Religionen sind sich interessanterweise in einem Punkt einig, dass es nämlich zwischen uns und Gott einen Graben gibt. Manche behaupten, wir können diesen Graben füllen mit Ritualen, mit Opfern, vielleicht mit einem neuen Bewusstsein oder mit ethisch gutem Handeln. Und so können wir diesen Graben überbrücken und zu Gott kommen. Das Christentum und jüdisch-christliche Tradition, sie sagt, das reicht nicht. Es reicht nicht, einfach eine moralisch gute Person zu sein. Es reicht nicht, die gute Motivation, denn die Motivation wird nicht lange hinhalten. Es reicht nicht, Esther einfach als Vorbild zu nehmen. Es braucht mehr. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, Esther nicht als Vorbild zu sehen, sondern als Wegweiser. Esther gibt uns einen Hinweis. Sie ist ein Wegweiser. Wie rettet nämlich Esther ihr Volk? Sie rettet ihr Volk durch Identifikation und Hingabe. Weil sie sich wie niemand anderes mit dem Volk der Juden identifizieren konnte, weil sie selber Jüdin war und gleichzeitig, weil sie wie niemand anderes so sehr ans Herz des Königs gewachsen war, darum konnte sie wie niemand anderes vor den Thron der Macht treten. Und weil von dort her Gnade über sie floss, weil sie Gnade bekam, floss die ganze Gnade über das ganze Volk der Juden und alle Juden konnten gerettet werden. Das erinnert doch an jemand. Im Neuen Testament sagt Paulus in Philippa 2 über Jesus Christus folgendes, dass Jesus im Palast aller Paläste gewohnt hat, in der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, er hat aber dies nicht festgehalten wie ein Raub. Jesus hat nicht gesagt, das alles habe ich erreicht, bis hierher bin ich gekommen und wieso soll ich das riskieren? Sondern er hat das riskiert. Er kam aus dem Palast und hat sich wie niemand sonst mit dem Menschen identifiziert. Verstehst du? Identifikation. Er ist Mensch geworden. Aber nicht nur das. Es war nicht nur Identifikation, sondern es war Hingabe. Er gab sein Leben hin und starb am Kreuz. Bei Jesus hat das bedeutet, er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern er hat sein Leben gegeben. Er hat nicht nur gesagt, komme ich halt um, dann komme ich halt um, sondern er hat gesagt, ich komme um. Und am jüdischen Passafest ist Jesus gekreuzigt worden. Das erinnert an etwas. Das erste Passafest, das war das Fest der Befreiung, als das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist. Aber interessant ist ein anderer Zusammenhang. Es gab noch ein anderes berühmtes Passa. Das war nämlich der Tag, an dem Esther gesagt hat, komme ich um, komme ich halt um und dann zum König getreten ist. Nicht irgendwann ging Esther zum König, sondern nach den Aussagen im Buch von Esther exakt zur Zeit des Passafestes. Sie stellt sich dort in den Palast und riskiert ihr Leben. Sie ist nicht einfach ein großes Vorbild, sie ist ein Wegweiser. So wie sie ihr Leben riskiert hat, hat viel später Jesus sein Leben gegeben. Er hat sein Palast riskiert, er hat sein Leben hingegeben. Wenn wir Esther nicht einfach als Vorbild nehmen, sondern als Wegweiser, und wenn wir Jesus nicht einfach als Wegweiser nehmen, sondern als Retter, dann werden wir sehen, wie viel wir ihm wert sind. und das wird unser Leben verändern. Dann werden wir staunen, was er gemacht hat. Dass er nicht zurückgehalten hat, dass er alles hingegeben hat. Dass er sein Leben nicht nur riskiert, sondern gegeben hat. Und das wird unser Leben verändern. Es ist nicht unsere Motivation, sondern es ist das Staunen über seine Motivation, über seine Hingabe. Das wird uns vom Innen her packen, das wird unsere Farbe verändern. Das wird unser Leben auf den Kopf stellen. Und das sehen wir noch bei einer anderen Person. Wie Jesus in den Palast tritt, und es wird in allen Evangelien gesagt, er geht in den Palast, er allein, alle anderen bleiben draussen. Da steht draussen im Hof Petrus und bleibt dort stehen. Petrus, der gesagt hat, ich werde mich zu dir halten, ich werde mich zu dir bekennen, ich werde dich nicht verleugnen. Er, der gesagt hat, so, jetzt halte ich nicht mehr mit meinem Glauben zurück. Ich komme mit dir, ich werde sogar mit dir sterben. Und er steht dort im Hof und was macht er? Er verleugnet Jesus dreimal. Dreimal sagt er, nee, 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 mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun. Den kenne ich nicht. Nein, nein, ich bin, nein, ich war nicht mit ihm unterwegs. Er, der ein schlechtes Gewissen hatte, aber große Entschlossenheit und Entschiedenheit, aber alles war gut, aber es war nicht genug. Im Moment, wie er dort steht, verleugnet er alles. Irgendwann war alles seine Motivation weg und er steht dort und dann heisst Lukas 22, Vers 61 folgendes. Jesus steht im Palast und er schaut hinaus in den Hof und ihre Blicke treffen sich. Er sieht Petrus und Petrus realisiert, was geschehen ist und geht weg und weint bitterlich. Was ist geschehen? Der Gedanke ist, die Gnade, die Jesus erwirkt im Palast, weil er sich nicht nur identifiziert, sondern hingibt und die er bekommt, die fließt hinüber auch auf Petrus. Jesus schaut ihn liebevoll an und diese Gnade erfasst Petrus und verändert ihn. Er geht hinaus und ist ein anderer Mensch. Er verändert sich durch diesen Blick, durch die Gnade, die er empfangen hat, weil Jesus in den Palast gegangen ist. Wenn du Esther nicht nur als Vorbild nimmst, sondern als Wegweiser und siehst, dass das Neue Testament sich bewusst an das Buch Esther anlehnt. Und wenn du Esther nicht einfach als Vorbild, sondern als Wegweiser nimmst, dann wird das dein Leben verändern. Denn dann wirst du Jesus sehen und ihn nicht nur als Wegweiser, sondern als ein Retter, als der, der dein Leben überschüttet mit Gnade und verändert.